Das Event finde ich absolut klasse. Es ist eine sehr schöne Location, super gut organisiert, sehr interessante Themen dabei gewesen und natürlich super interessante Leute, schöner Austausch. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre hier und das Event ist für mich unheimlich wertvoll, weil man einfach in den Austausch kommt mit den anderen Ultimo-Anwendern und da ganz viel lernen kann. Sehr informativ, angenehme Leute und auch Leute, die wissen, was sie tun, die von mir vorgehen, das Reihe nach erklären, warum sie auf welche Punkte Wert legen, macht schon Sinn. Und da waren bestimmt einiges von mit mir hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020